So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicker, eine neue Folge RamsesMinus. Denn, bei mir ist jetzt gerade Donnerstag, ich habe gerade ein bisschen Zeit, ich möchte jetzt eine Stunde investieren oder so, eine Folge RamsesMinus aufzunehmen für den Samstag. Passend dazu ist Samstag ja sowieso der Kampftag, der GBL-Kampftag mit, keine Ahnung, irgendwas. Da werde ich aber nicht da sein, damit da trotzdem was kommt. Letzte Woche war ja Seaday, nächste Woche ist auch Seaday und diese Woche ist der Kampftag. Habe ich gedacht, produziere ich diese Folge vor. So könnt ihr, wenn ihr euren Kampftag macht, ein bisschen RamsesMinus vielleicht nebenbei gucken. Und ich werde dann auch vielleicht, wenn ich Zeit habe an dem Tag, meine Sets machen. Da gibt es ja wieder mehr Staub, es gibt tolle Belohnungen. Und vor allem wird es sicherlich wieder so eine Forschung geben, wo man nur ein paar Kämpfe machen muss, um eine Top-Lade-TM zu bekommen. Man muss gefühlt wahrscheinlich, glaube ich, nur einmal gewinnen und zehnmal spielen oder so und dann passt das. Auf jeden Fall immer, wenn so ein Kampftag ist, wenn man sonst nicht kämpft, am Kampftag sollte man kämpfen. Mindestens für die Top-Lade-TM, denn so einfach ist es so gut wie nie, um an so eine Top-Lade-TM zu kommen. Und die braucht ihr immer wieder für Legendäre aus Raids. Und deshalb ist alles gesagt. Wir starten direkt hier rein in die Meisterliga, hoffe ich immer noch. Ich habe letztens irgendwo angefangen, habe hier zwei von fünf schon da drauf. Wir müssen also erstmal dieses Set fertig spielen. Ich habe wieder mein Team mit Togekiss, Diaga, Giratina. Ich habe da nichts dran verändert. Irgendjemand hat gesagt, ich soll statt Knudler vielleicht Flammenwurf machen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe es also genauso, wie ich es immer habe. Ich habe gefühlt auch noch nie Knudler eingesetzt. Deswegen werde ich es jetzt erstmal so lassen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie viel WP hat er? Ist er groß und stark oder nicht? Es geht. Ich habe nämlich gesehen, dass ich mit Togekiss auch gegen Diaga eigentlich immer gut aufgestellt bin. Was ich sehr gut finde. Deshalb werde ich jetzt erstmal nicht wechseln. Er könnte natürlich jetzt mit seinem Eisenschädel angreifen. Das wäre verheerend. Aber wir arbeiten uns jetzt mal hier weiter durch. Unser Angriff wird auch gesteigert. Die Verteidigung wird auch gesteigert. Er wäre gleich tot. Wir schilden einmal ab. Wir nehmen das mit, dass wir eben dann schon wieder ein bisschen Chargemove vollgeladen haben. Da ist der Eisenschädel. Vielleicht macht er einen zweiten hinterher. Ja, macht er. Oh Mann. Ja, jetzt muss ich halt beide Schilde verbrauchen. Sonst wäre das sinnlos, weil ich ja eigentlich gerade sagen wollte, dass das super ist, was ich da jetzt habe. Und jetzt ist es erst recht sinnlos, denn mein Angriff und meine Verteidigung war gesteigert. Darauf habe ich mich mega gefreut. Und jetzt musste ich trotzdem direkt rauswechseln. Also war eigentlich alles umsonst. Was jetzt aber passt ist, dass er nicht rauswechselt. Das heißt, wenigstens habe ich meinen Giratina gegen sein Melmetal, was jetzt auch Angriff und Verteidigung gesteigert hat. Das sind ja sehr gute Vorsätze erstmal fürs neue Jahr. Er darf nur nicht rauswechseln. Bleibt bitte drin. Ich brauche Giratina gegen Melmetal. Ich kann sonst nichts mehr machen. Dann mach 50 Steinhagel. Das ist mir komplett egal. Ich mache eh gut Schaden. Du hast zwar noch zwei Schilde. Die kannst du jetzt beide nehmen, aber trotzdem sieht das erstmal gut aus. Sein fettes Dialga ist weg. Sein Melmetal ist auch gleich weg. Mein Tockekiss habe ich trotzdem auch immer noch. Ich hebe mir das jetzt mal auf. Vielleicht kriege ich noch einen Spukball fürs nächste, was reinkommt. Er hat ja nur noch eins dann. Kommt nochmal mit Steinhagel. Selbst wenn er noch einen hat, würde ich das wahrscheinlich überleben. Und er kommt jetzt mit Kyokre. Ich mache jetzt mal einen Spukball. Und eigentlich dürfte jetzt nichts mehr passieren. Also ich bin so groß und fett jetzt aufgestellt. Eigentlich habe ich... Der schildert nicht. Was ist denn mit ihm? Hat er eine Wette verloren oder was? Er schildert auch jetzt nicht. Und jetzt gibt er auf... Also schon das erste Match. Sehr komisch. Dritter Kampf in diesem Set. Zweiter Win in diesem Set. Einen brauche ich noch. Damit ich wieder in meine Pokémon-Belohnung komme. So. Mein Ziel wird natürlich, wie immer seinen Level Rang 20 zu erreichen. Beziehungsweise 21 kriege ich ja meistens dadurch, dass ich in den unteren Rängen schon gut vorankomme. Meistens mehr Siege mache, als man überhaupt braucht. Jetzt sind wir bei 14. Mal gucken, wie weit wir es heute schaffen. Vielleicht auch 15, 16. Dann am Kampftag noch ein bisschen was gemacht. Jetzt ist er hier mit Mewtwo am Start. Da habe ich auch im Prinzip immer dieselbe Taktik. Und zwar einfach die ganze Zeit draufhauen. Einmal abschilden. Den zweiten nicht abschilden. Einen Antikraft durchbringen. Der verbraucht also sowieso meistens einen Schild von mir. Mindestens. Ich aber auch eins von ihm. Dann ist er meistens tot, bevor ich tot bin. Aber habe immer nur noch ganz wenig Energie übrig. Also so läuft es sonst immer ab. Hier. Er macht auch jetzt schon wieder seinen nächsten Move. Diesmal lassen wir ihn durch. Wenn er noch ein paar Drachen hat, ist es nicht ganz so schlimm. Weil wir haben ja immer noch die Yalga. Also noch zwei. Kommt noch ein Rückwärtssaldo. Wunderbar. So sieht es ungefähr immer aus. Jeder verbraucht ein Schild. Und ich habe immer noch ein Viertel übrig an Energie. So muss das sein. So ist das perfekt. So habe ich mir das gedacht. Was kommt rein? Ein Ho-Oh. Das ist cool. Da kann ich nämlich nochmal Antikraft drauf machen. Hätte ich jetzt wechseln müssen, hätte er ja auch wechseln können. So bin ich ein Fan davon, dass ich dieses Toggekiss jetzt einfach sterben lasse. Aber es vorher vielleicht noch ein Schild rauslocken kann. Oder irgendwas anderes macht. So wie es aussieht, macht es auch was anderes. So. Feuer, Flug. Äh. Naja gut, Feuer. Dann nehmen wir also lieber keinen Dialga. Dann kommen wir jetzt mal hier an mit unserem Prügel-Joe. Jetzt holt er seinen Kyokre rein. Aber ich habe eh meinen Spukball voll. Hat er was vollgeladen? Weiß der, dass ich einen Dialga habe? Egal. Wir werfen mal einen Spukball drauf. So. Ich wechsel jetzt auch mal aus Spaß, weil wenn er wechselt, wechsle ich halt auch. Das Kyokre wird ja nicht viel Schaden machen. Vielleicht können wir an diesem Kyokre, wir lassen auch die Attacke mal durch. Vielleicht können wir hier schon unseren Draco Meteor vollladen und dann komplett auf das Ho-Oh drauf zimmern. Ich kann es sogar noch einmal abwehren. Das heißt, wir werden jetzt den Draco Meteor einfach vollladen. Hier, der hat eine Attacke. Egal, ich lasse das durch. Könnt ihr ja... Ach, ich lasse das nicht durch. Ich nehme mein letztes Schild. Ist es Feuer? Leuter Feuer? Ja. Plus Plus hat er eingesetzt. Und schaffen wir es, Draco Meteor voll zu machen. Draco Meteor ist voll. Hätte ja sein können, da bringen wir uns trotzdem Feuer noch um, weil er noch ein Leuter Feuer hat. So ist die Sache eigentlich schon beschlossen. Er ist tot. Wir haben noch hier über die Hälfte Energie gehabt beim Dialga. Das Giratina sah noch gut aus. Das war unser dritter Sieg auch in diesem Set. Das heißt, die Pokémon-Belohnung ist auch wieder am Start. Eigentlich habe ich die falsche Mütze auf, wem es auffällt. Das ist die rote Bier-Power-Mütze von Natur-Urin. Eigentlich ziehe ich die nur auf, wenn ich Challenges mache oder Ramses Kitchen-Videos oder Wanderungen. Und alles, was Pokémon Go betrifft... Oh, jetzt muss ich wechseln. Jetzt muss ich wechseln. Alles, was Pokémon Go betrifft, Videos draußen oder so, versuche ich dann eigentlich immer mit dem schwarzen Pokémon-Cabby zu machen, wo das Pikachu drauf ist. Er hat jetzt gewechselt von Stahl wieder auf Stahl. Aber auf einen kleinen Stahl. Das heißt, vielleicht habe ich ja Glück. Guck mal hier, Angriff. Steigert sich. Ich brauche auf jeden Fall alles gegen Melmetall. Das heißt, ich werde jetzt auch alles abschilden, damit ich nicht so viel Schaden nehme. Auch wenn der vielleicht nicht so viel Schaden macht. Trotzdem muss ich alles abschilden. Oh, ja, 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 ja. Komm, bring den um, bring den um. Und jetzt hol wieder Melmetall rein, bitte. Ja, hol wieder Melmetall rein. Wir kommen gleich mal mit dem Spukball hinterher. Giratina, meine Waffe gegen alles, was an Stahl da ankommt. Ansonsten habe ich Brettschiss, wenn ich das nicht schaffe. Er hat nicht geschildet. Er hat den ersten durchgelassen. Das war ja jetzt richtig doof von ihm. Oder ist das wieder so ein Spezi, der nicht schildet? Also, ich glaube, jetzt sieht es ganz gut aus. Schild weg, genau. Wir machen es so, aber wenigstens ein bisschen Schaden. Wir lassen mal einen durch. Das kann der Steinhagel und Kraftkulost oder sowas. Interessiert mich ja alles nicht. Das heißt, ich kann gut mit. Er macht nochmal einen. Ich lasse es trotzdem nochmal durch. Vielleicht können wir sein zweites Schild rausloggen oder ihn umbringen. Je nachdem. Das dürfte jetzt nicht ausgehen. Unheilböden, genau. Würdet ihr jetzt schilden in dieser Situation? Hmm. Hmm. Das bringt natürlich nichts, wenn man ein Video macht. Das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. So, komme ich mal mit Togglekiss rein. Da kannst du ruhig auch eine Attacke auf mich machen. So kulant bin ich. Ich muss nämlich jetzt versuchen, irgendwie dein Schild rauszuloggen, um dich umzubringen. Obwohl, wahrscheinlich bist du vorher schon tot. Okay. Er ist einfach tot und stirbt mit einem Schild. Aber Spukball wäre auch dann fast fertig gewesen. Hätte ich dann, falls ich wieder reinkomme, wohl auch machen können. Also egal. Der ist weg. Das heißt, fünf Kämpfe, nur eine Niederlage und die habt ihr nicht mal gesehen. Das klingt sehr gut. Ja, was ich gerade meinte. Vielleicht wäre es trotzdem irgendwann mal sinnvoll, einen GBL-Stream zu machen. Denn wenn ich ein Video mache und sage immer, hätte die jetzt geschildert. Als ob einer in dem Moment dann das Video pausiert, dann in den Kommentarbereich geht und dann hinschreibt, jo, hätte ich. Und dann lese ich, jo, hätte ich. Dann weiß ich gar nicht mehr, was hätte der. Auf was ist das denn bezogen? Was meint der denn? Was will der von mir? Warum schreibt der hier einfach was? Wenn man natürlich in einem Stream ist, dann kannst du ja so viele Sachen zwischendurch fragen. Und dann sagen die Leute, jo, hätte ich. Und ich, aha. Dann weiß ich ja in dem Moment genau, was das ist. Auf der anderen Seite kommt es mir immer so vor, dass wenn ich ein Video mache, laufen die Kämpfe besser, als wenn ich einen Stream mache. Natürlich kann man das schlecht sagen, weil das liegt ja auch immer am Gegner. Ja, das kommt drauf an. Manche Gegner haben gar keine Lust. Manche Gegner machen einfach nur irgendwas. Dann gibt es wieder andere Gegner. Die sind einfach übermächtig und kennen sich aus. Dann gibt es welche, die haben gar keine Ahnung. Dann gibt es welche, die wollen nur irgendwas machen. Dann kommt es auf die Pokémon an. Manchmal hast du Glück, manchmal Pech. Und wenn du natürlich Pech hast, dann ist es egal, wie gut du eigentlich klarkommen würdest. Im Stream sieht es dann verkackt aus. Hier hat man trotzdem irgendwie seine Ruhe. Hier kann ich in Ruhe spielen. Ich fühle mich nicht beobachtet. Das ist wahrscheinlich das, was hauptsächlich so ist. Sobald wir im Stream sind und ich dann immer mitkriege, dass die ganze Zeit da geschrieben wird, kommt man immer wieder in die Versuchung. Man guckt immerzu in dem Chat, was da steht. Jeder schreibt dann was anderes. Jeder gibt andere Kommandos und man denkt sich, eigentlich spiele ich ja gerade so, wie ich will. Lasst mich doch mal hier kurz machen. Was kommt jetzt rein? Das ist Stahl. Da habe ich was. Nicht mehr so viel, aber irgendwas habe ich. Oh, der hat gesessen. Da wechsle ich jetzt auch rein. Auf meinen Dialga, guck dir das an. Jetzt kommt er mit Giratina, aber ich bin ja immer noch ein Drache. Das finde ich sehr. Er hat aufgegeben. Er hat gleich direkt aufgegeben. Also okay. Also wenn ich hier sitze, denke ich, ich bin ganz alleine. Keiner beobachtet mich. Gefühlt schaffe ich dann mehr Siege. Als wenn ich einen Stream mache und im Stream irgendwie alles verliere. Man denkt dann, das liegt am Stream, weil man beobachtet wird. Weil man sich ablenken lässt, weil man immer wieder in den Chat guckt, weil jeder was anderes sagt. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Vielleicht gibt es auch Streams, da würdest du auch alles gewinnen. Und Videos, wo du alles verlierst. Dragoran. Freue ich mich immer, wenn ich den sehe. So, er wechselt direkt. Dann wechsle ich auch, natürlich. Obwohl, ich habe in Zeitlupe gewechselt. In der Zeit können wir schon wieder alles andere machen. Machen Sie Ihre Attacke, der Herr. Ich bin schon mal gut mit Togekiss gegen Dragoran. Ich bin gut mit Giratina gegen Metagross. Kommt aufs dritte Pokébon an. Und im Endeffekt hat er noch einen Mewtwo. Wo auch Togekiss und Giratina eine gute Figur machen würden. So, Giratina, was machen wir mit dir? Wollen wir dich aufheben? Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Es war mir klar, dass der noch einen Move bringt. Wir schilden mal. Vielleicht hat er ja einen Mewtwo. Und wir können gleich einen Spukball drauf machen. Oh, der kommt wieder mit seinem Dragoransen rein. Nicht den Dragoransen. Bleib weg mit dem. Sonst muss ich mir einen Giratina sterben lassen. Und er kommt mit Dragoran. Wo er natürlich als Drache gegen mich viel ausrichtet. Aber ich habe ja nur Kack-Beruf. Deswegen kann ich eigentlich nichts gegen ihn ausrichten. Das heißt, wir lassen uns jetzt auch sterben. Holen aber einfach wieder unser Togekiss zurück. Nein, er wechselt natürlich genau jetzt raus. Das heißt, dann wechseln wir jetzt auch mal raus. Und gehen mal hier auf den Kumpadre. Ich weiß nicht genau, was der macht. Gestein, Biss, Knirscher, Zeugs, irgendwas. Hat er Steinkante jetzt am Start. Hat Knirscher am Start. Macht die Hälfte. Verteidigung sinkt. Da muss ich aber jetzt aufpassen. Immer noch zwei Schilde übrig. Tu mal ein Schild weg. Genau. Lass mich mal hier kurz reingucken. Stirb. Ich muss schilden jetzt. Ich muss unbedingt schilden. Es geht leider nicht anders. Meine Verteidigung ist komplett lost. Hat er mit seinem Dragoran jetzt was vorbereitet? Ich habe geschildert. Wir kommen jetzt. Ich muss direkt auf den Eisenschädel. Nein. Er kommt. Das heißt, er wird mich umbringen. Aber dann hat er ja seinen Move gerade rausgehauen. Und ich komme vielleicht mit zwei Rückwärts-Saldos und schaffe seinen Dragoran. Na? Na? Ach, er ist tot. Gut. Zweiter Kampf, zweiter Sieg. Dragoran sind wieder mal geschafft. Mit Despoda habe ich jetzt nicht gerechnet. Despoda sehe ich trotzdem in letzter Zeit relativ selten. Die meisten haben Metagross, Melmetal, Dragoran, Dialga, Mewtwo. Despoda, selten, selten. Garados sehe ich noch viel. Spiverefirefirefire. Sackjahn. Oh, Sackjahn kommt auch ab und zu mal. Sackjahn habe ich gar keine Taktik. Der hat mehr als ich. So, Rückwärts-Saldo machen schon mal gut Schaden. Der kann natürlich auch Nahkampf, der kann Knudler, der kann alles. Aber wir saltorieren uns erstmal weiter. Macht er jetzt Knudler? Ich glaube schon. Stromstoß. War gut, dass wir abgewehrt haben. Verteidigung sinkt stark. Was macht er jetzt? Noch ein Stromstoß. Wir lassen mal eins durch. Oh. Verteidigung ist ja gesunken. Okay. Den zweiten haben wir durchgelassen. Ich kann nicht alle Schilde hier verballern. Wir haben trotzdem gut Schaden gemacht. Wir kriegen jetzt einmal Antikkraft durch. Und er ist auf jeden Fall trotzdem deswegen weg. Jetzt kommt Mewtwo rein. Na, das war ja klar. Ein paar Rückwärts-Saldo werden wir es noch schaffen. Mewtwo, du kannst gerne deinen Move an mir machen. Er hat seinen Move nicht gemacht. Er dachte, ich sterbe vorher. Dafür kriegt er jetzt die Quittung und muss schilden. Und ansonsten, zack, ja, er schildet. Wunderbar. Und wir kommen gleich mit Giratina rein. Das heißt, Giratina macht vielleicht den Rest. Ich schilde trotzdem mal, falls er Spukball hat. Vielleicht hat er keinen Psychokinese, sondern Spukball. Ja, deswegen hat die Zeit gar nicht ausgereicht. Er konnte gar nichts machen. Und jetzt müssen wir. Bitte, schnell, bring ihn um. Noch ein Spukball. Ist der schon voll? Ah. Schaffe ich es. Er wechselt. Er wechselt auf Graudon. Graudon. Eigentlich habe ich jetzt die Arschkarte. Ich brauche das gegen Mewtwo. Der bringt meinen Dialga um. Der macht doch Erdbeben. Der macht Feuerschlag. Der macht einfach beides. Der macht Erdbeben. Ich bin komplett weg. Jetzt komme ich und muss einen Spukball machen. Der hat immer noch zwei Schilder. Ne, ein Schild. Der hat irgendwas hat er auf jeden Fall noch. Er hat... Hä? Und er schildet nicht. Er kennt sich aus. Er kennt sich aus. Er schildet. Aber jetzt bin ich tot. Der hat mich überrascht. Sakian drin. Graudon drin. Graudon auch schon länger nicht gesehen hier bei den Gegnern. Selbst wenn ich jetzt sein Graudon besiege. Er hat ja immer noch sein Mewtwo und hat immer noch ein Schilder. Also eigentlich könnte man jetzt aufgeben. Würde Zeit sparen. Er schildet aber auch nochmal. Okay. Dann sind wir jetzt weg. Joa. Gut gemacht. Hut ab. Ihr seht, ein shiny Graudon macht mehr Schaden als ein normales. Spaß. Wer das glaubt, ist doof. Also denkt das lieber nicht. Das sind immer die Mythen, die rum erzählt werden. Es kommt auf die Werte von Pokémon an, nicht auf die Farbe. Lasst euch das mal gesagt sein. Ramses, der Digge. Hua. Wir sind die Street Profits. Mit den Bechern, die am Anfang, wenn wir reinkommen, immer durch die Halle fliegen. Und ich frage mich schon seit Jahren, wer das immer aufliest. Und ob die immer dieselben Becher wieder nehmen und wieder dort rumfliegen lassen. Oder ob die in den Müll kommen. Und sich jedes Mal neue Becher kaufen. So eine Verschwendung. Komplett. Der ist einfach schon an seiner Attacke dran. Boah. Ja, den ersten schilde ich immer. Den ersten schilde ich, den zweiten lasse ich durch. So ist die Taktik. Der wird jetzt eh noch seinen zweiten Psychostoß haben, bevor ich meine Antikkraft machen kann. Ja. Aber den lasse ich ja durch. So. Darauf kann er sich verlassen. Hat einen Orden an der Brust. Ist das ein Hunderter? Hat er 4-7? Er hat 4-7. 2-4. Es könnte ein Hunderter sein. Mit Best Buddy Brust. Uuuuh. Look at this. Wie er schildet. Oh mein Gott. Jetzt habe ich meinen Angriff gesteigert. Und meine Verteidigung. Aber ich werde trotzdem jetzt sterben. Weil ich lasse das jetzt durch. Auch wenn wir das vielleicht noch für, ähm, für Drachen brauchen. Aber ich habe ein Giratiner für die Stahlbogemon. Die er jetzt rein holt. Ne, er hat auch Drachen. Jetzt ist es wieder doof. Dann versuche ich trotzdem einen Spukball drauf. Und dann wechsle ich auf meinen Dialga. Weil der hier macht nicht viel Schaden. Der hat keine Drachenboves. Spukball. Und jetzt wechseln. Pass auf. Damit hätte er nicht gerechnet. Ich bin ein Drache. Du kannst nur Sandsturm. Sandsturmwurst. Und er hat wirklich einen Stahl noch hinten drin. Das heißt, die Jäger, du musst jetzt. Ich weiß nicht, was du musst. Wir hätten einfach warten sollen, bis er wechselt. Der kann wieder. Ah, Mann. Der kann wieder, wieder. Was? Der kann? Nahkampf? Nahkampf irgendwas? Ich glaube, einen Nahkampf halten wir aus. Dann schwächt er sich, oder? War das nicht so? Er macht Sternen hier. Jetzt blick ich gar nicht mehr durch. Egal. So. Vielleicht sollte ich... Einfach nicht schilden. Einfach nicht schilden. Noch ein bisschen angreifen. Und den Rest kriege ich schon mit dem Giratina dann hin. Glaube ich. Weil der hat ja jetzt einen Move gemacht. Also lass mich sterben. Ich bin tot. Giratina kommt. Mach den Rest. Und mach den gesammelten Angriff, den es sich aufbaut, dann auf das Knackrack drauf. Ach, er ist schon tot, ohne dass wir überhaupt irgendwas machen mussten. Das ist sehr gut. Wir gehen also auf Spukball. Er macht eine Attacke. Wir schilden. Dann haben wir Spukball. Dann ist er weg. Aber Unheilböen hätte wahrscheinlich auch gereicht. Sandgrab. Sandgrab erinnert mich immer an Sandra. Sandra. Sandgrab. Klingt alles gleich. So. Weg. Weg damit. Weg damit. Aber es sieht gut aus. Da fliegen wieder die Becher. Und die Soße aus den Bechern. 1-5-1-5. Du hast gewonnen. Ihr seht. Wo brauche ich denn jetzt bitte Flammenwurf? Wo hätte mir Flammenwurf bis jetzt geholfen? Wenn die hier mit ihren... Ne? Dann mache ich ja eh anders. Ich habe weder Flammenwurf noch Knudler noch irgendwas eingesetzt. Ich bin... Warum hat das überhaupt 2? Das ist total sinnlos, dass das Togekiss 2 Attacken hat. So, er sammelt gerade. Ist das derselbe wie vorhin? Sieht so aus. Wieder mit dem Sticker auf der Brust mit 4-7. So. Jetzt einmal schilden aber. Diesmal haben wir es andersrum gemacht. Ich weiß nicht, ob das schlauer ist. Ist es ein Unterschied, ob ich die erste abschilde und die zweite fräse? Oder ob ich die erste fräse und die zweite schilde? Mir kommt es so vor, als wenn ich die erste schilde und die zweite fräse, ich trotzdem noch mehr Energie übrig habe immer. Als wenn ich mich erst einmal anfressen lasse. Rückwärts Salto. Also wir machen eigentlich genau das gleiche, was wir eben gemacht haben. Wir lassen uns jetzt umbringen. Wir kommen mit Giratina rein. Ah, ich habe aufs Falsche gedrückt. Ich habe auf die Yalga gedrückt. Genau. Und jetzt kommt er mit, Gudrun. Hallo Gudrun. Du bist der Beste. Wenn der ein Erdbeben macht, bin ich weg. Also mach mal lieber kein Erdbeben. Boah, der sieht aber gut aus. Jetzt wollte ich gerade wechseln noch. Ich wollte gerade wechseln. Und ich werde schilden. Ich werde schilden, weil... Das ist mir... Er hat Feuerschlag. Ja, das... Eigentlich konnte man sich das denken. Ich wechsel jetzt trotzdem mal. Überrasche ihn jetzt einfach mit Giratina. Er kommt auch mit Giratina. Er hat aber noch Schilder. Schilde? Wir machen es mal so gegen das Schild. So. 4-1. 6-4. 4-1-7. Hä? Wie kann er denn mehr haben als ich? Ach, der hat... Der hat eine... Äh... Der hat eine Binde am Arm. Deswegen... Ich bin fast weg. Fast weg bin ich. Muss nochmal Unheilböden machen. Aber ich habe auch eine Binde am Arm. Aber vielleicht hat er... Seine Giratina als Buddy angelegt. Denn eigentlich bin ich doch hier der heftige Boss. Jetzt schnell hau den weg. Und jetzt einmal noch aufs... Ach, naja. Das wird nix. Feuerschlag dürfte mich nicht umbringen. Aber es ist egal, was ich mache. Er hat ja noch... Ne, er hat Erdbeben. Okay. Tschüss. Wieder Groudon. Shiny Groudon am Ende. Macht einen immer kaputt. Muss das sein. Mustafa. War das jetzt der... Der gleiche Gegner schon wieder, oder was? Ich habe auf jeden Fall wieder die Pokémon-Belohnung. Ein Seemops. Pokémon-Belohnung am Start. Das heißt, ihr habt zweimal gesehen, wie ich verloren habe. Zweimal gegen Shiny Groudon. Wir bewerten. 15. Okay. Wir gehen nochmal hier rein. Wir brauchen noch ein bisschen was. Nach dem nächsten Set bin ich hoffentlich... ...auf Rang 15. Gehen also wieder rein. Ich habe gerade bemerkt... Ich habe ganz vergessen, mal wieder Mega-Entwicklungen anzumachen. Durch die XL, die ich gerade beim Seemops bekommen habe, ist mir aufgefallen... Ach so, warte mal. Es gibt doch jetzt in dem Event... ...vermehrte Bong-Bongs und XL-Bong-Bongs. Und wenn du dann auch noch eine Mega-Entwicklung anhast... ...vielleicht von Drache, Fee, Mega-Altaria ist da sehr gut. Der deckt gleich beides ab. Kannst du natürlich hier im Bong-Bong-Meer schwimmen. Selbst bei der Raid Mania Mittwoch. Ich bin es gewohnt, wenn ich dann eine Mega-Entwicklung anhabe und ein legendäres fange, dass ich statt 3 XL vielleicht 4, 5 oder 6 XL bekomme. Durch das Event gab es gestern 7 XL und einmal sogar 8 XL für ein legendäres. Ursa-Luna. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist Typ Normal und Typ... ...Boden? Ich lasse einfach mal die Attacke durch. Wie kann mich das denn mit Boden? Ich bin doch flug... Ach, der hat Donnerschlag. Leckt mich doch am Arsch. Er hat Donnerschlag. Das ist aber sehr schön. Und was mache ich sonst damit? Normal und Boden. Das heißt, Geist macht gar kein... Geist macht gar nichts, oder? Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt Dialga reinholen? Aber der hat Boden gegen meinen Stahl. Aber der macht Donnerschlag. Ja, genau. Hol du mal Metagross. Da kann ich mich jetzt umbringen lassen. Und jetzt kann ich mit meinem Giratina kommen. Bevor ich nämlich rauswechsel und alles zu spät ist, machen wir es lieber so. Haben wir das geopfert? Das ist nicht schlimm. Das kannten wir ja auch nicht. Das müssen wir erst mal kennenlernen. Das erste Mal, dass ich einen Ursa-Luna sehe. Was? Wieso macht der so viel Schaden? Blödes Togekiss. Wegen dir habe ich nur noch ein Schild. Wärst du gleich gestorben? Unheilböhn. Mann. Aber ich kann dir noch einmal abwehren. Muss ich überhaupt noch einmal abwehren? Ja, ich muss noch einmal abwehren. Dann bringe ich mich nämlich sonst um. Lässt du mich in Ruhe? Jetzt brauche ich meinen Move aber eigentlich gar nicht mehr. Der ist bestimmt schon wieder eingehakt, oder? Ne, ist ja nett. Soll ich deswegen hake ich den auch nicht ein. Und mache, egal was jetzt kommt, Spukball drauf. Es ist wieder der Bär. Ja, Ursa-Luna-Bär. Ach so, ja. Aber der ist... Weiß ich nicht. Was heißt das jetzt? Spukball auf Ursa-Luna. Nicht sehr effektiv. Und er wechselt wieder raus. Diesmal aber auf Dragoran. Die Jalga. Enttäusch mich nicht. Ich weiß. Der macht Drachenklaue oder irgendwas. Aber du bist groß und stark. 4-5, 4-2. Nein. Nein. Der hat bestimmt Wutanfall aufgeladen. Hä? Kraft-Koloss. Übertreib's halt. Nein. Und weg. Und er hat immer noch sein blödes Ursa-Luna. Ich wusste ja gar nicht, was ich jetzt machen soll. Versuchen weiter drauf zu hauen. Um dann meinen geladenen Move aufs Ursa-Luna zu machen. Versuchen ihn wegzuhauen mit Stahl. Und bei Ursa-Luna wieder bei Null anzufangen. Ich habe eh keine Energie mehr gehabt. Das ist ein Kraft-Koloss. Das war aber sehr schön. Bitte jetzt keine Ursa-Luna mehr. Das hat sich ausge-Ursa-Lunat. Achso. Ich muss mir auch wieder einen Namen für die Folge überlegen. Während des Kämpfens. Remi Awesome. Gegen Sakyan. Ja, da werde ich bald auch wieder einfach nur wild draufhauen. Und hoffen, dass die schwache Verbindung mir hilft, ihn zu besiegen, weil er rausfliegt. Los, schwache Verbindung. Heißt das dann eigentlich, meine ist schwach oder seine ist schwach? Oder beide sind schwach? Oder keine? Ich wehre mal eins ab. Stromstoß. Das ist ja wie vorhin. Und dann hat er nochmal Stromstoß gemacht. Dann war ich fast tot. Aber egal. Ich lasse den zweiten jetzt durch. Wieder Stromstoß. Ist das jetzt neu oder was? Dass der Hund auf Strom ist. Der Hund ist auf Zack. Deswegen heißt er auch Zack-Jahn. Antik-Kraft mit Sack. Unerwert. Uner-Togge-Kiss. Das ist jetzt Rotz, weil... Wie kann man denn auf Doppelfee gehen? Du Arsch. Was mache ich jetzt mit dir? Ich muss aufs Dialga gehen. Obwohl ich... Wenn ich Dialga sehe, würde ich mich freuen, wenn ich Togge-Kiss habe, um dagegen zu kämpfen. Müssen wir halt hier versuchen jetzt... Eisenschädel zu machen. Ich weiß. Du hast ein Schild. Hast du natürlich auch benutzt. Ja, der Knuddler. Hat er was anderes? Hat er Antik-Kraft? Wer ist jetzt Antik-Kraft-Eigen? Oh mein Gott. Nichts ist passiert. Okay. Schaffen wir es nochmal? Ich glaube, ich wechsle schnell, weil ich Angst habe. Ich habe so viel Angst, ich muss schnell wechseln, in der Hoffnung, dass er nochmal Antik-Kraft macht. Der wird jetzt nicht auf Knuddler umschalten, oder? Ne. Gut. Das sieht gut aus. Was macht er jetzt? Willst du nochmal wechseln? Oh, sehr effektiv. Na, dann müssen wir schnell Unheilböen machen, weil der bringt mich ja sonst mit seinen Quick-Moves um. Ich glaube auch, das zweite Match werde ich verlieren. Hm, hm, hm. Unheilböen. Weg. Er hat keine Schild mehr. Hier steigert es sich. Jetzt kommt Dialga rein. Da muss ich unbedingt auf Spukball gehen. Das Ding ist noch komplett frisch. Frisch, 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 frisch. So, einmal Spukball. Das sieht gut aus. Das ist weg. Er hat immer noch den Hund mit Sack. Nochmal Unheilböen hinterher. Ich könnte es noch gewinnen. Ich könnte es noch gewinnen. Ich könnte es. Und es ist... Oh, es ist tot. Mein Gott. Das war genial. Das war doch genial. Du hast gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Nach der wilden Rumschmiererei. Und dann holt er Togekiss rein. Und dann habe ich gedacht, wie kann der denn Togekiss jetzt haben, wenn ich keinen Togekiss mehr habe. Wie soll ich denn mit Dialga gegen Togekiss gewinnen, wenn der noch Schilder hat und das immer so lange braucht. Konstandi 2005. Togekiss. Lugia. Gestein gegen Flug. Zum Glück habe ich Antikkraft. Was macht der sonst noch? Der macht krasse Flugmoves, oder? Und haut mich immer damit weg. Wir lassen es mal durch. Ansonsten traue ich mich eh nicht mit was anderem was zu machen. Du wirst jetzt mit meinem Togekiss hier rum machen. So, bitteschön. Du hast das durchgelassen. Du hast jetzt gewechselt. Dann wechsle ich jetzt natürlich auch. Das finde ich sehr gut. Dass wir uns da so verstehen. Vielleicht wäre es schlauer, trotzdem am Anfang auf Spukball zu gehen. Weil den ersten lässt er meistens eh durch. So nach dem Motto, wenn das so schnell voll ist, ist die Attacke bestimmt schlecht. Wir müssten ihn ein bisschen veräppeln. Oder warten, bis Spukball voll ist und trotzdem Unheilböden machen. Wie ihr immer sagt, so ködern. Du musst ködern. Du musst ködern. Den zweiten jetzt würde er sicherlich abwehren. Also da wäre es egal. Jetzt brauche ich nichts mehr mit angeblich ködern. Jetzt müsste ich, sobald es voll ist, trotzdem gleich direkt draufhauen. Sagt mein Gehirn mir. Intern. Ich dachte, es ist schon fertig. Den hat er abgewehrt. Das ist ja ein Fuchs. Ich habe ja noch zwei Schilde. Das ist jetzt kein Problem. Wir schilden einmal dieses. Wahrscheinlich hat er sowieso zwei Stück voll. Man macht es gleich zwei nacheinander. Und jetzt kann er gerne das auch machen. Wie er möchte. Nicht. Okay. 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 Ich lasse es jetzt mal durch. Wir lassen es durch. Wir lachen. Wir lachen es durch. So. Müsste ich doch den Rest jetzt hinkriegen. Er hat trotzdem noch sein Lugia. Hol das auch rein. Er geht zurück aufs Lugia. Wir gehen auf den Spukball. Das war aber jetzt sein Schild. Oder sein Tod. Hä? Plötzlich steht Mewtwo da. Aber ich habe ja noch ein Schild. Das ist sehr gut. Wir gehen also wieder aufs Toggekiss drauf. Machen wieder ein paar Rückwärts-Saldos. Ja. So möchte ich das doch. Ich schilde auch einmal ab. Psycho-Stoß. Den hätte ich zwar überlebt. Aber ist glaube ich so sicherer. Nein. Es ist nicht sicherer. Vielleicht hätte ich doch erst durchlassen sollen. Und dann schilden. Ne. Macht keinen Unterschied. Jetzt Antikkraft drauf. Wieder zwei Rückwärts-Saldos. Vielleicht wird er hier wieder stärker. Stärker. Fester. Herder. Alles. Ne. Er wird nix. Aber das Mewtwo ist tot. Und er kommt direkt mit einer gegnerischen Attacke rein. Und ich habe noch mein ganzes Dialga. Himmelsfeger. Los Dialga. Eins. Zwei. Drei. Dialga. Eins. Zwei. Drei. Und nochmal Dialga. Eins. Zwei. Drei. Fertig. Ihr müsst ihm Dialga nur beibringen. Was ist denn? Drei Kämpfe ausgetragen. Was rotzt es mich denn so raus? Normal kommst du immer auf die Übersicht. Drei Kämpfe ausgetragen. Einen verloren. Zwei kommen noch. Einen muss ich noch gewinnen. Dann Pokémon-Belohnung. Yeah. Esak. Esahak. Esahak und Dragoran. Der Wechsel stimmt auf was Metallisches. Auf Eis. Mammut. Bei Mammutel habe ich auch keine Ahnung, was man dagegen macht. Mammutel auch so lange, ewig nicht gesehen. Seine Eisattacken sind natürlich gegen meinen Flug. Brutal. Der ist aber auch gegen meine zwei Drachen. Brutal. Also der ist eigentlich gegen alles. Brutal. Wir müssen also versuchen, den irgendwie trotzdem mit Togakiss loszuwerden. So. Aua. Kein Problem, kein Problem. Ich würde auch mein zweites Schild jetzt einfach nutzen. Vielleicht schaffe ich ihn ja. Bin noch drin. Und dann komm dann nochmal mit seinem Dragoran zurück. Das wäre lustig. Eins. Zwei. Nochmal. Komm, 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 komm. Oh. Zum Glück. Jetzt kannst du Dragoran wieder reinkommen. Sei so schlau. Bring uns Dragoran zurück. Dragoran ist trotzdem auch Flug. Ja, dann hat er wenigstens kein Schild mehr. Oder er kriegt ein paar Steine auf den Kopf. Und? Kein Schild. Gut. Sind wir jetzt gleichgestellt. Was mache ich jetzt gegen den? Dialga. Weil es ja nichts bringt, wenn ich hier Geratina nehme. Also muss ich es so machen. Ich muss es so machen. Geratina bringt nichts. Wie gesagt, der greift mit Geist an. Hier haben wir Drache. Er kommt mit Knirscher. Das ist okay. Ich mache jetzt einfach komplett hier Dragomedeor. Einmal auf ihn. So. Dann ist der nämlich fort. Wutz. Ohne Pepper. Jetzt kannst du noch ein bisschen mit dem Garados spielen. Und es sogar besiegen. Trotz geschwächten Angriff hat es gepasst. Ein Kampf steht noch aus. Aber die Pokémon-Belohnung ist schon gesichert. 1518. Er hüpft und freut und macht. Nächster Kampf. So muss es aussehen. Nicht, dass du da einfach in dieser Übersicht wieder bist. Nächster Kampf musst du drücken. Das ist doch viel besser. Das spart doch Zeit. Warum schmeiße ich das raus? Kampf beginnt. Gegen wen? Mof-Mi-Mala-Mi. Melmetal. Oh, nee. Ich wechsel. Er wechselt. Alle wechseln. Teil 5. Und? Er ist noch drin. Das finde ich sehr gut. Bleib bitte drin. Melmetal am Anfang hasse ich. Komplett. Also nehmt immer alle Melmetal am Anfang. Nei. Gewechselt auf Knackrack. Unheilböhn. Ja, dann kann ich ja jetzt versuchen auf Spukball zu gehen. Wenigstens einmal. Er hat immer noch das Melmetal. Ich fühle jetzt schon, dass ich das nicht gewinne. Und ich gar keine Chance habe, weil mein Knackrack halt einfach, ach, mein Knackrack, weil mein Giratina nicht mehr da ist. Guck mal, jetzt sage ich. Oh, warte, ich komme mit ihm hier rein. Hehehehe. Dann hol der Esel Melmetal wieder. Also, was mache ich mir denn vor? Wutanfall. Hier. Oh, guck mal, Melmetal ist wieder drin. Das ist ja lustig. Dann komme ich halt jetzt mit Dialgaben. Was halt keinen Schaden macht. Aber was soll ich denn anderes machen? Außerdem kann er immer noch mal auswechseln jetzt gerade. Los jetzt. Wir müssen dich verprügeln. Ich lasse das einmal durch. Das ist mir doch egal. Kraftkulost. So. Jetzt hast du aber... Jetzt wechselt der raus. Ist das ein Arsch. Jetzt habe ich gedacht, okay, okay, okay. Jetzt denke ich gar nichts mehr. Ja, und der macht ja jetzt viel mehr Schaden bei mir, als es überhaupt möglich ist. Wie will ich denn jetzt noch was machen? Ein Server, zwei Server. Ho, ho, ho. Mal rückwärts saal los. Ho, ho, ho. Ich mache... Ich mache noch ein Schild. Ich kann aufgeben. Ich kann aufgeben. Es ist alles sinnlos. Zeit verschwendet jetzt hier. Server. Ho, ho, ho. So, was willst du jetzt? Was soll ich denn machen? Ich brauche doch jetzt nicht mit Knudler angreifen, oder? Ich kann möglichst versuchen, dass meine Verteidigung erhöht wird. Und mein Angriff erhöht wird. Nein, es ist natürlich komplett leer. Warum? Warum habe ich denn nicht zwei? Ich wollte doch zwei haben. Es ist leer. Stein, Hagel, Mann, kaputt. Und Melmetal. Diesmal kein Shiny Graudon, da bin ich schon mal froh drüber. Ein Melmetal, gut gekämpft. So, wir holen die Pokémon-Belohnung ab. Und es ist ein Quabbel. Ich, uff, ich. Großartig. Das hat trotzdem getroffen. Hunderter-Quabbel aus der GBL. Auch auf jeden Fall sehr speziell. War das bei Silvio? Glaube ich. Der in drei Jahren drei Hunderter-Quabbel aus der GBL bekommen hat. Also eins von 23, eins von 22, eins von 21. Ich habe noch keinen Hunderter hier. Wenn ihr einen Hunderter habt, schreibt es mal in die Kommentare. Im Chat könnte man jetzt direkt schreiben, ich habe auch E's. Aber wir sind nicht im Chat, deswegen. Ja, ja, ja. Och, das ist ein schöner Rang. Das heißt, ich muss einfach nur fünf Kämpfe machen und steige sowieso auf 16 auf. Egal, ob ich gewinne oder verliere. Glaube ich. Naja, egal. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass da zehnmal die gleiche Belohnung steht. Dann weißt du, es geht um nichts. Drago Ransen. Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn wir die ganzen Sonder-Borbons bekommen. Aber erstmal schauen. Wechselt er? Ja, er wechselt. Dann komme ich jetzt mit der Wurst. Du willst mir was? Warte mal, ich glaube, der war, der hat auch irgendwas gehabt, was, alles, egal. Schlagbohrer. Ne, Schlagbohrer war es nicht. Weil der war gar nicht fett. Auf jeden Fall immer den nehmen. Unheilböhn. Gute Wahl, gute Wahl. Ich denke mal, du machst dasselbe nochmal. Das halte ich bestimmt nochmal aus, wenn ich es eben schon ausgehalten habe. Schlagbohrer, genau, nochmal. Lass mich jetzt aber auch nochmal Unheilböden bringen. Und dann kannst du gerne deinen Dragoran wieder zurückholen. Warum macht man sowas? Ich lasse es mal sterben. Das ist mir jetzt. Dann komme ich halt jetzt mit Dialga. Dann komme ich halt mit was anderem. Du hast eh nur noch eins. Komme ich mit Dragoran, dann kann ich wieder wechseln. Ach nee, dann wechselt er ja auch wieder. Also das dürfte ich eigentlich auch nicht machen. Obwohl ich mache richtig viel Schaden. Oh mein Gott, mache ich viel Schaden. So. Jetzt ist bestimmt das Schild noch weg. Zack. Ich habe ja auch noch zwei, glaube ich. Also ich nehme wenigstens mal eins. Könnte vielleicht versuchen nochmal rauszukommen. Auf das Togekiss, oder? Oder auch gar nicht. Ich bleibe einfach so wie es ist. Und mache jetzt... Ah, Mammudel. Er hat aufgegeben. Ich wollte jetzt Dragomedior voll machen. Und dann draufknallen wie ein Verrückter. Aber gut, machen wir es so. Mammudel hat Angst vor die Dialga. Ja, merkt es euch. Ich habe mit Togekiss da gekämpft. Ich hätte einfach Dialga vorhin reingeholen sollen. Dann hätte er auch aufgegeben. Weil der sich so denkt, nee. Aschkavibci, was? Die Namen werden immer so... Das geht immer so schnell mit den Namen. Lkw rennen. Jetzt wieder. Wer hat das Größere? 2812, 2751. Beide haben eine Schleife. Ich bin der Boss. So. Rückwärtssaldo, um Rückwärtssaldo, um Rückwärtssaldo, um Rückwärtssaldo. Ich darf zuerst. Er wird sicherlich schilden. Dann schilde ich auch. Und dann machen wir den Rest. Und dann ist ein Pokémon schon mal weg. Mhm. Nachen wir genauso. Wenn natürlich jetzt sein Angriff und Verteidigung gestärkt wird, dann überlebt er wahrscheinlich. Und wir sind tot. Komm, gleich ist recht für alle. Nichts passiert. Ja. Ja, guck. Wie er zuerst rot geworden ist. Kann er machen. Nichts. Ist er weg. Ich kann auch nicht wirklich was machen, wenn ich das so sehe. Weil, was ist das? Das ist ja gar nichts. Also, das hat jetzt mir auch nicht viel gebracht. Naja. Wir kommen mit Giratina. Ich lass mal einmal durch. Der hat mich jetzt eh ein bisschen. Der ist ja schon wieder rausgewechselt. Dann komme ich jetzt mit Dialga. Ich habe mich gefreut, als ich seinen Metagross gesehen habe und dachte, das passt. Aber er hat ja... Er wusste noch gar nicht, was ich habe. Hat aber trotzdem schon gewechselt auf Mewtwo. Jetzt hat er mir sogar schon ein Schild raus. Digga, was war der Fokusstoß? Warum? Woher hat er den? Warum? Was soll das? Wieso macht er sowas? Jetzt ist wieder Metagross da. Warte mal. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich muss erst sein Schild rausloggen. Wir machen es hier mit. Schild weg, bitte. Schild weg. Nein, er lässt es durch. Dann kriegst du jetzt ein Spukball hinterher. Jetzt nehme ich aber mein Schild. Ja, wahrscheinlich nimmst du das. Hätte ich es andersrum machen sollen. Und jetzt brauche ich aber nochmal einen Fokusstoß. Und ich habe noch ein Schild. Und ich muss jetzt noch hier ganz dringend aufs Klo. Nein! Ja, Sternenlieb. Was habe ich denn? Was ist denn voll? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Bis zum Spukball. Also nehmen wir Unheilböen. Und hoffen, dass das reicht. Da wird ein Stück übrig bleiben. Aber den Rest kriegt man vielleicht trotzdem. Naja, er ist doch weg. Er ist doch weg. Ey, der wechselt und du wechselst. Und er wechselt und du denkst. Naja gut, die machen ja immer Spukball und Psychostoß. Spukball und Psychostoß. Wirst du überleben. Kein Problem. Naja, er macht einfach Fokusstoß. Aber ging sich ja aus. Reggie Joe. Mit der Kürbislaterne und Melmetal am Anfang. Oh, dann wechseln wir wieder direkt aufs Giratina. Ihr wisst ja, was ich davon halte. Bleib drin. Bleib drin. Bleib, 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 bleib drin. Wir gehen auf den Spukball und bleiben drin. Hm, 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 hm. Und. Juhu. Damit haben wir ihn jetzt aber überrascht. Damit hätte er nicht gerechnet. Jetzt noch einmal hier. Unheilböen. Und er schildert jetzt. Also wenn er jetzt nicht schildert, dann weiß ich auch nicht. Schildern, schildern. Schildern. Brrrr. Ja, was mache ich jetzt? Mich umbringen lassen. Selber zurückkommen. Flammenwurf. Dann komme ich selber jetzt mit ihm nach Rückwärts-Saldos. Jetzt soll er bestimmt wieder sein Melmetal rein. Dann muss ich wechseln, aber auf die Yalga. Aber ah, ich kann doch gar nicht wechseln, weil ich gewechselt habe. Ach, das ist ja mies. Das heißt, wir müssen erst einmal fressen. Jetzt irgendwas machen. Jetzt wechseln. Jetzt kommt er mit Kraftkoloss. Aber ich habe noch zwei Schilder. Er nur noch eins. Im Endeffekt wechselt er jetzt auch raus. Wir lassen mal den ersten durch. Wenn er wirklich Kraftkoloss jetzt hat, tut er sehr schön seinen Angriff und sein... Ne, er macht gerade keinen. Bleibt drin. Bleibt drin. Sonst hätte er seinen Angriff und Verteidigung geschwächt, glaube ich. Aber dann wäre er wahrscheinlich so schlau gewesen und hätte direkt rausgewechselt nach der Attacke. Aber er ist immer noch da. Er ist immer noch da. Ich lasse es nochmal durch. Jetzt ist es Kraftkoloss. So, jetzt muss ich alles schillen und alles abwerten und alles machen. Und jetzt hat er auch gleich noch einen hinterher. Das Gute ist, er macht jetzt im Prinzip keinen Schaden mehr. Großartig, wirklich. Glaube ich. Kiyogre? Bin ich blöd? Er hat doch kein Schild mehr gehabt. Ich hätte doch jetzt... Ramses... Du hättest doch jetzt hier Drago Meteor machen können oder irgendwas. Das hätte doch geklappt. Ja... Drago Meteor. Das Ding wäre komplett weg. Und dann hättest du noch ein paar Mal auf das andere draufgehauen oder so. So kann man es sich natürlich selbst versauen. Nö, das macht keinen Schaden. Nö, ich fall auch gleich um. Ja... Also das hätte jetzt nicht sein müssen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Überall gedrückt und rumgemacht und getan. Und dann... Naja... 45. Glückwunsch. Melmetal. Oh, das kennen wir ja schon von eben. Wir wechseln direkt mal aufs Giratina. Er wechselt natürlich auch. Geht zum Gartenschloss. Dann gehen wir jetzt auf Spukball. Na, 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 so. So. Wusch. Als ob er wusste, was ich mache und vorhabe. Ich habe Nassschweif. Ja, du greifst bestimmt mit Wutanfall an. Du kannst gar keinen Wutanfall. Dann ist es doch Nassschweif. Ich habe nur Knirscher. Und was anderes. Machen wir nochmal. Spukball hinterher. Na, 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 na. Hey, hey. Jetzt reicht's. Wir müssen überleben. Ich brauche den. Obwohl der ist ja... Ne, der ist ja trotzdem gleich tot. Also ich könnte nochmal rauswechseln. Schnell. Ich muss rauswechseln. Nein. Ich hätte jetzt wechseln können und hätte noch eine volle Attacke gehabt, wenn ich es wieder reinhole. Er macht seinen Behinderten Nassschweif. Wie verschissen. Wie gemein. Wie dreckig. Was ist das? Was macht der? Und vor allem, was macht er jetzt? Ich liebe noch, oder? Nicht Kraftkoloss. Hör jetzt auf. Lass mich tragen. Drago... Nein. Und er hat natürlich auch seinen blöden Move voll. Jetzt ein Spukball, der mich jetzt nicht weit bringt. Ich noch ohne Energie. Ich habe wenigstens gedacht, gut, er macht einmal seinen Move. Dann habe ich vielleicht Drago Meteor voll. Das passt schon noch. Das wird schon sich noch ausgehen. Und was macht's? Nichts macht. Es macht gar nichts. Und jetzt, bis ich hier was reiß, reißt der hier die ganze Hütte ab, oder was? Das ist doch komplett bescheuert. Jetzt kommt er noch mit einem Groudon rein. Also ich bitte euch. Was will er mit einem Groudon? Feuerschlag. Uh, Feuerschlag. Macht doch zehnmal Feuerschlag hintereinander. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt auch Feuerschlag hätte, stell euch das mal vor. Dann könnte ich Feuer mit Feuer bekämpfen. Im Endeffekt macht er doch eh gleich irgendwas. Erdbeben. Und dann... Oh, du schwebst bei der Luft, aber mein Erdbeben ist so gewaltig. Feuerschlag. Weißt du was? Ich glaube, es wird das erste Mal sein, dass ich vielleicht dazu komme, Knuddel einzusetzen. Nein! Weil er macht ja dreimal Feuerschlag. Oh, ich lebe noch. Am besten du wechselst auf dein... Ich weiß nicht, was er noch hatte. Auf dein anderes Pokémon. So. Oh, und dann ist Garados drin. Der will mich doch. Er hat wirklich gewechselt. Feuerschlag. Ha! Adi, dass du da nicht wach wirst, wundert mich. Ich schrei mir selbst ins Ohr. Also... Vorsicht. Bitte nicht den Fernseher laut stellen. Wir haben es geschafft. Ey, wir haben gewonnen. Wir haben die Pokémon-Belohnung freigeschaltet, die es gar nicht gibt. Weil es überall nur Bonbons gibt. Und im Stream hätten jetzt wieder alle Wechsel, Wechsel, mach das, mach hier, mach da, mach jenes. Und ich denke, hä? Was ist... Wer ist jenes? Was ist das für ein Name überhaupt? So, ich mach rückwärts-Saltos. Ähm... Jetzt sag ich... Komplett war ich... Ich war einfach gar nicht da. Ich hab grad so überlegt. Ich sag, wenn man das als Stream macht, aber hetzt doch die Idee. Wieso mach ich's nicht einfach als Premiere? Das Ding als Premiere schalten am Samstag, 10 Uhr. Dann ist es wie ein Stream, der ab um 10 Uhr losgegangen wäre. Nur, wenn's ne Premiere ist, können die währenddessen im Chat das alles verfolgen und mitmachen. Und... Ey! Das ist doch richtig genial. Premiere, Samstag, Ramses Minus. So muss das sein. Mewtwo. So muss das. Ich hab den Anfang verrissen, ja. Oh. Na, 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 na. Hey, 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 hey. Du Schwein. Ich bin Mewtwo. Und du? Ich nicht. Also ich glaub, bei sowas wird sich das wirklich lohnen. Wenn ein Samstag die Streamzeit ist, aber man in dem Moment keinen Stream macht, dass man so ein langes Video schaltet als Premiere, dass die das wie einen Stream trotzdem erleben können. Die. Kennt ihr die? Ihr seid die. Die sind du. Und überhaupt. Mühlers Kuh. Ich hab noch die Yalga. Na, 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 na. Also erstmal hab ich noch Giratina, aber dann später kommen noch die Yalga dazu. Na, 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 na. Ähm. Kennen wir sein drittes Pokémon? Oder überhaupt sein zweites Pokémon? Ich blick gar nicht durch. Was hat er denn gehabt? Achso, genau. Und er kommt jetzt mit Stahleboah. Ich bin Stahleboah. Stahleboah war, glaube ich, so brutal gegen mich. Wenn der Schlagbohrer gemacht hat, war ich meistens halbtot. Schlagbohrer. Von Stahleboah. Stahleboah mit Schlagbohrer. Drago-Medeoah. Jetzt get ready to rumble. Mir bleibt nichts anders über... Stahleboah. Mewtwo. Los, Mewtwo. Eins, zwei, drei. Wie die halt alle keine Energie mehr haben. Das muss man sich mal antun. Schnippo-Schranke. Pisse steht da auf meinem Desktop. Das hab ich mir gestern runtergeladen, ja, als Lied. Von Schnippo-Schranke. Kennt ihr Schnippo-Schranke? Guck, Pokémon-Belohnung ist da. Nehmen wir hier rein. Rang 16. 2,7. Aber wir machen noch weiter. Solange wir noch weiter machen können. Wie lang geht's jetzt hier? 57 Minuten. Ey, soll ja eh eine Stunde sein normalerweise. Günther. 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 Ramses der Günther. Ramses der Tichte. Ramses Geschichte. Gibt's irgendwie was anderes, was so lange geht, was man als Premiere sonst noch machen kann? Nö. So am Wochenende. Für den Samstag. Weil Sonntag ist ja wieder Stream. Und Freitag brauchst du ja nicht so langes Zeugs machen. Das ist perfekt. Vielleicht sollte man den aber auch ab 14 Uhr schalten, damit die die Seelay-Zeit im Kopf haben. Von dem Samstag davor und dem Samstag danach. Duuude. 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 Surfer. Ich weiß nicht, was ich mit dem jetzt machen soll hier. Ich wechsle jetzt auf Skiratina. Obwohl ich eigentlich Skiratina ja brauche für andere Fälle. So wie das hier zum Beispiel. So ein Dialga-Fall wäre so ein Fall. So, und der rechnet nicht damit, dass der Spukball direkt kommt. Und wenn, der hat damit gerechnet, wie ein Mathematiker, muss ich wohl mein zweites Schild nutzen. Reisenschädel. Schaffe ich das noch? Auf. Spukball. Komm. Sei lieb. Sei lieb. Sei groß. Und lieb. Und stark. Und nett. Und chill. Och Mann. Da hättest du mir auch ein bisschen helfen können. Jetzt hat er doch Dragomedeo aufgeladen. Das sehst du doch von hier. Dann komme ich halt jetzt mit dem hier. Wenn ich jetzt das Dialga nehme, dann macht er mich komplett kaputt, weil er ein Dragomedeo auf dem 1 macht. Also muss ich jetzt mit dem Togekiss hier rein. Ich muss jetzt Rückwärts-Saldos machen. Der muss jetzt Eisenschädel machen, damit er seine Moves nicht voll hat. Dass ich ihn umbringen kann, Dragomedeo laden kann und dann auf das andere mache. Das ist die Taktik. Guck, jetzt komme ich hier rein. Er hat jetzt ja kein Move mehr voll. Deswegen kann ich ihn jetzt so mit den Quickmoves umbringen. Und kann schon mal gegen das Kyogre mein Dragomedeo laden. Uh, das dauert aber noch. Hoffentlich hat er keinen Blizzard. Surfer. Ich surfe dir gleich was. Eigentlich ist es total... Mann, jetzt konnte ich nicht mal Dragomedeo machen. Oh, doch. Hä? Ah, Melmetal ist noch da. Bin ich bescheuert. Jetzt hätte ich Dragomedeo gemacht. Jetzt hätte ich Dragomedeo gemacht aufs Kyogre. Hätte mich dann gefreut. Dann hätte mich das Melmetal einfach umgebracht. So ist der Dragomedeo aufs Melmetal gegangen und es bringt mich trotzdem um. Also irgendwie so sinnvoll ist es jetzt trotzdem nicht gewesen. Angriff sinkt. Verteidigung sinkt. Richtig stark. So muss das sein. Gut gemacht. Ja, du bist der Beste. Mann, 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 Mann. 16. Da kommt noch die 17, die 18, die 19. Dann kriegst du ja, glaube ich, schon deine komische TM. Das muss ich am Samstag machen. Also da, wo ihr das seht, bin ich gerade dann dran, meine Top-Lade-TM abzuholen. Da krieg ich ja dann zwei. Weil für Rang 19. Und wenn man am Kampftag hier die Forschung macht, kriegst du ja dann zwei. Genial. Der macht bestimmt Felswerfer. Nichts. Ja, aber was kann ich sonst gegen den machen? Nichts. Das ist voll. Wir wechseln mit hier rüber. Okay. So, jetzt habe ich extra gewartet, bis Spukball voll ist. Werde trotzdem jetzt aber mit Unheilböden kommen. Und? Er schildet ab. Genau. Und jetzt kann ich nämlich noch ein. Ich habe nur noch ein Schild. Jetzt kann ich nämlich nochmal Spukball-Böden drauf machen. Und dann hat er wenigstens auch kein Schild mehr. Was macht die denn jetzt hier? Nee. Er hat natürlich trotzdem noch alles am Start. Komm, gib mir einmal Spukball. Ich bin tot. Komm, mach mir hier einmal Antikraft. Tot. Das heißt, die Yalga gegen Rehonior wird das Endmatch sein. Der wird sicherlich eh gleich raus wechseln, oder? Ich werde gesteigert. Ich werde gekräftigt und gesteigert. Ich bin groß und fett. Ich halte das aus. Er macht bestimmt Orkan. Kraftkoloss. Orkan. Siehste, das habe ich doch alles studiert. Das kenne ich alles auswendig. Dann haue ich dir jetzt einfach trotzdem den drauf. Was willst du jetzt mit dem... Du hast gerade deinen Move gemacht beim Dragoran. Du hast nichts mehr jetzt. Aber willst du mir trotzdem gefährlich werden? Das verstehe ich nicht. Er macht eine Attacke. Ich komme rein mit Yalga. Mach eine Attacke gegen ihn. Und dann mache ich 1, 2, 3. Und dann ist sein Dragoran auch tot. Also wenn ich das richtig sehe, dürfte das so laufen. Der ist tot. Und jetzt warte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tod. Hä? Genial. Hab ich es wieder geschafft. Wieso bin ich denn jetzt wieder rausgeflogen? Boah. 16. Was ist das? Irgendwelche Moped-Gangs, die sich vorm Fenster tummeln. Und einen... Irgendwie... Ne? Würde Thomas sagen. Ne? Kai Ogre, der kleine Kai, möchte bitte abgeholt werden aus dem Rückwärts-Saldo-Paradies. Juhui, ich bin Kai. Taktik ist nicht da, wir machen es trotzdem wie vorhin. Wir schilden einmal ab und gehen dann aufs Giratina. Na, 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 na. Ah, du, 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 ich wechsel, du wechselst nicht. Mach das was. Ich hab da noch so einen Geistanteil in mir drin. Hast du das bemerkt? Bruder. Uh, der hat aber gesessen. Mammutell. Ach komm, ich schwere jetzt ab. Ich mach das jetzt mit ihm unter mir aus. Unter mich aus. Der ist ja eh brutal gegen alles, was ich hab. Also mach mal nochmal die bösen Unheilen. Und dann... Und dann, na, 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 na. Schild weg. Fertig. Jetzt muss er angreifen. Jetzt muss er... Jetzt bin ich... Jetzt bin ich tot. Oder? Oder? Davine? Tot. So. Wie jetzt? Wie jetzt? Was hat er noch gehabt? Ich hab's vergessen. Giratina. Okay, warte. Ach, Kyogre meine ich. So, der ist weg. Komm jetzt mit Kyogre. Oder komm mit was anderem. Komm nicht mit Metall. Ich hab Mewtwo. Guck mal, ich hab Mewtwo. Ähm. Ja, und dann hat er wieder Fokusstoß, oder was? Die verarschen einen doch. Du hast jetzt Psycho-Stoß. Mhm. Den nehm ich mit. Na, 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 na. Ich wechsle jetzt einfach aufs Toggle-Kiss. Hat der was ist? Hat der jetzt gewechselt auf seinen Kyogre, oder was? Antikkraft. Kyogre weg. Gut, rückwärts-Saldos. Ey. Backdrop. Dann mach ich gerne mit. Dann bring mich doch um. Ich hab noch Dialga. Und Dialga hat noch was für dich. Am Start. You are so... Oh, meine Scheiße. Dialga ist gleich... Dialga. Biala. Wo bist du? Dialga ist gleich tot, meine ich. Nein. I will always love you. Das war ja hell. Und da freut er sich noch komplett. Ich weiß gar nicht, welches. Drei. Drei war das. Zwei Einsätze. Oder so. Henning Lafleur. 17. Ich spinne ein bisschen durcheinander, muss ich schon sagen. Deswegen wechseln wir direkt wieder auf die gierige Tina. Und er wechselt auch. Aber auf die gierige Dialga. So, wir haben jetzt extra gewartet. Er weiß jetzt... Ah, ja. Der hat jetzt auf Spukball gewartet. Und er macht auch Spukball. Aber weil er denkt, dass ich weiß, dass er Spukball macht, schilde ich mal nicht. Weil er ja wahrscheinlich doch nur Unheilböden macht. Uh, da hat er mich aber überrascht. Da mache ich lieber nix und kriege nochmal Unheilböden hinterher. Genial. Ja, bringt mir aber nix. Ich brauche das ja gegen Melmetal. Hä? Gegen Melmetal? Nein! Habe ich umzubringen. So. Sau, Marianne. Weil ich nicht weiß, was du hast. Trage mir die Ohren. Habe ich mir erlaubt. Ey. Das ist nur Eisenschädel. Heyo. Mache ich jetzt nachher. Heyo. Oh, oh, oh. Das ist jetzt nix voll. Das kann nur ein Eisenschädel werden. Ich darf nicht immer vor den Videos hier immer Samyang essen. Ich tue immer so viel Samyang essen, dass ich dann hier sitze und mir ständig im Wandstrum geht. Und man dann immer halb ins Mikrofon speilt. Das ist jetzt nicht Absicht, ja. Was ist, da ist Bixby angegangen am anderen Handy. Was willst du von mir? Was willst du mir sagen? Was hast du da? Ich muss abwehren. Ich muss abwehren. Kraftkod los. Ich bin den Kraftkod los. Aber jetzt ist der Kraftkod los doch so geschwächt, dass der nix macht, oder? Hier. Ein bisschen was gemacht, aber nicht mehr viel. Dann kommen wir jetzt mit unserem Togekiss rein. Er hat natürlich schon wieder seinen Moves voll. Macht die 300.000 Mal. Weil er der Beste ist. Steinhagel. Ja, du bist jetzt schlecht, Bruder. Du bist jetzt schlecht. Du kannst jetzt gar nichts mehr machen eigentlich. Ich muss jetzt unbedingt hier irgendwie überleben. Ich weiß nicht, was danach kommt. Steinhagel nochmal. Ja, einen dritten würde ich... Oh. Kyokra. Kyokra, man. Schilde. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Der hat noch alle drei Monster, noch alle drei Pokémon voll. Wie geht denn das? In welcher Liga hat der jetzt gespielt, oder wie? Hauptsache ein Aufkleber am Kopf. Surfer. Surfer. Hm. Ein Schild noch und drei Pokémon noch. Was ist das für ein Pro? Ramses. Da musst du ja wirklich mal applaudieren. Also der hat dich eiskalt erwischt. 14, 13, muss noch Werkstatt anrufen. Nicht vergessen. Sag mir mal Bescheid am Ende, ja? Wie ist das live? Kann man da jetzt reinschreiben? 3833. Wenn ich da nicht am längeren Zier drücke, dann weiß ich auch nicht. Rück. 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 Kyokra. Kaioga. Dann wechseln wir jetzt auch auf unser... Auf unseren Semmelbrösel. So. Unheimliche Böen. Das kommt vom vielem scharben Essen, glaube ich. Dass das Giratina immer so unheimliche Böen hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Und nie im Leben hat der jetzt Blizzard. Ich habe trotzdem Angst und Schilde. Wow, der hat ein Blizzard. Alles richtig gemacht. Tod. Jetzt kannst du Melmetal reinholen. Nee, er holt Togglekiss. Und Togglekiss macht auch noch Moves. Ich weiß nicht, was du... Ach, der macht bestimmt Antikkraft. Ich habe jetzt schon hier gedrückt. Wie, ihr Vater. Guck. Ein Ferrari. Ein Ferrari, Vater. Puh. Was ist das? Man weiß es nicht. Er wehrt ab und... Er kann auch nochmal abwehren. Was mir trotzdem nichts bringt, weil ich ja jetzt meine ganzen Moves und meinen Giratina gerade opfere. Obwohl ich eigentlich selber Togglekiss hätte wieder reinholen müssen. Na, und jetzt geht er auf Giratina, oder was? So, schön war es mit euch, ne? Das wird nichts. Das heißt aber gleichzeitig, er hat kein... Stahl-Pokémon drin. Wir haben jetzt schon alles gesehen, oder ne? Dann kann ich ja hier mit der Barbie kommen und gar noch ein bisschen raufhüppeln. Hüppeln, säffeln, tüffeln. Was hat er? Egal, was er hat. Es zieht nur die Hälfte ab. Siehste? Gerade so die Hälfte. Na, 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 na. Und er kommt mit... Togglekiss, Eisenschäde, passt. Wir haben noch Stahl an Bord. Eisenschniedel. Schädel. Wieso geht das jetzt wieder so 100 Jahre? Das heißt wieder so, der Gegner ist gar nicht mehr da. Ungefähr. Der Gegner ist schon lange weg. So. Fünf von fünf ausgetragen. Nur zwei gewonnen. Ich habe keine Pokémon-Belohnung bekommen. Wie ungerecht ist diese Welt? Wir gehen wieder rein, wir gehen wieder drauf. Egal, wir ziehen heute komplett durch. Denn wenn ihr das kriegt, ist ja Kampftag, ne? Und das heißt, da kann man 100 Matches machen. Da müssen wir nicht nach drei Sets aufhören. Wir machen einfach alle Sets voll. Auch wenn wir schon über der Stunde sind. Wir machen einfach weiter. Gesundheit, Adi-Schatz. Habt ihr das Niesen hören? Adi hat genossen. In seiner Liege genossen. So, rückwärts Saldos. Zack. Er macht jetzt hier seinen Eisenschädel. Ich wechsle jetzt auch auf die Gierige. Äh, auf das Dialga. Mach den Rest jetzt so. Jetzt wäre der Eisenschädel bei mir fast voll. Das heißt, bei ihm ist er voll. Es kann auf jeden Fall kein Dragometeor sein. Lassen wir einmal durch. Und jetzt hat er hier Mewtwo. Ach, toll. Was krieg ich nicht? Mewtwo. Mewtwo 1. Mewtwo 2. Wehe ich ab. Weil mein Eisenschädel ist eh gleich voll. Dann haben wir wenigstens sein Schild weg. Sein anderes. Aber dann weiß ich ja trotzdem, dass ich mit Toggekiss nicht wirklich weit komme gegen ihn. Weil der macht ja immer zack, zack, zack. Fünfmal Move. Und ich kann nichts machen. Obwohl, warte mal. Ich habe bei Toggekiss, glaube ich, die Attacke doch voll. Müsste doch trotzdem funktionieren. Er hat jetzt eh, er hat gerade frische Attacke gemacht. Er kann also keine Attacke nochmal haben. Toggekiss rein. Antikkraft ist er weg. Was hat er sonst noch? Wir wissen es nicht. Müsste passen. Hol mal Toggekiss rein. Mach Antikkraft. Weg. Kann nicht schilden. Kann nicht schilden. So. Und? Was haben wir sie noch? Ein. Was ist? Hä? Hat aufgegeben. Mit zwei Pokémon noch. Mit einem. Mit nichts. Wieder rausgeflogen hier. Null von fünf Kämpfe ausgetragen. Genau. Den einen habe ich mir gerade eingebildet. Der war gar nicht da. Kampf beginnt gegen Invisible Man. Puneu. Puneu. Kennt man nicht. Garados. Garados. Und er wechselt. Und. Meter groß. Und. Nein. Er darf zuerst. Jetzt will ich aber Spukball machen. Wenn er eh vor mir gemacht hat. Sternenhieb. Ja. Und jetzt ist es schon eingeloggt. Natürlich. Also da werden wieder Anzeigen übersprungen. Und irgendwelche Sachen. Es. Es leckt. Und hackt. Und backt. Also. Aber egal. 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 Der ist auch voll. Egal. Ich habe schon wieder das erste Pokémon vergessen. Was er hatte. Meter groß. Fert. Garados ist zurück. Schnell noch einmal wenigstens. Eine Unheilböe machen. Auf Spukball wäre das. Never. Wäre das noch auf Spukball gegangen. Können wir wenigstens noch einmal kurz Schaden machen. Und wir kommen mit dem. Torgekiss zurück. Nassschweif. Ich denke mal. Nassschweif wird es. Wir lassen es mal durch. Windhose. Das ist ja noch schlimmer. Und er wechselt wieder. Und er hat Stahlobor jetzt drin. Steinhagel. Ich glaube ich wechsle mal. Und versuche mal mit dem. Dialga jetzt gegen ihn anzukommen. Ich muss halt seine. Seine blöden Moves. Die er zwischendurch macht. Immer abwehren. Vor allem haben wir beide noch. Zwei Schilde. Ich weiß jetzt habe ich beim Torgekiss jetzt. Die Energie war doch glaube ich vorher. Also ich hätte meinen Move machen können. Den brauche ich dann auch gegen Garados. Weil hier werden wir bestimmt jetzt alles. Alles rausholen. Was man rausholen kann. Der kann bestimmt gleich zwei Schlagbohrer hintereinander machen. So wie ich den einschätze. Nanana. Nanana. Können wir den einen durchgehen lassen? Ich weiß es nicht. Ich wehre lieber trotzdem mal ab. Ist bestimmt falsch gewesen. Weil wenn er den jetzt nämlich macht. Jetzt werde ich wahrscheinlich es nicht überleben. Und wenn dann hätte ich es davor aber auch überlebt. Oh. Und ich habe es nicht überlebt. Schaffe ich es mit dem Torgekiss noch. 1, 2, 3, Runde. Und jetzt auf das Garados eine Antikkraft. Aber der hat noch ein Schild. Gegen Flug würde das ja passen. Gegen Drache. So. Wie viel Energie hat der doch. Ich habe zu viel. Ich muss. Ich habe zu viel Umdrehungen noch. Guck. 1, 2, 3. Antikkraft ist da. Genial. Ne, warte mal. Hat er gerade überhaupt geschildert? Fertig. Weg ist er. So muss das aussehen. So ist das richtig stark. So. 2 von 5. Komm, mach gleich den nächsten. Und wenn man immer sagt, man hat keine Zeit, Rang 20 zu erreichen oder irgendwas. Es ist bei mir ja gefühlt trotzdem so, dass ich nur in den Videos, wo ich mache, GBL zocke. Ich komme ansonsten nicht wirklich dazu, GBL zu zocken. Das heißt, ich sitze während der Superliga. Eine Stunde da. Zock GBL. Nehm das auf. Für euch. Lade das hoch. Wenn die Superliga ist, nehme ich eine Stunde auf. Spiel das. Lade das hoch. Meisterliga haben wir jetzt gemacht. Eine Stunde hochgeladen. Und das ist das zweite Mal, dass ich Meisterliga spiele. Auch ungefähr eine Stunde. Das heißt, ich habe viermal nur GBL gespielt. Dem Abstand von immer einer Woche dazwischen. Vier Wochen lang GBL. Aber immer nur einen Tag. Bin bei 17 dann schon gleich angelangt. Also man hat drei Monate Zeit, bis Rang 20, 21 bzw. Rang 19 zu kommen. Weil da gibt es ja schon die Top-Lade-DM. Also das ist für jeden möglich. Ah! Vergesst ihn anzugreifen. Wusste ich doch nicht, dass ich jetzt nochmal hier, dass ich noch dabei bin. Weil es ist ja nicht so, dass man jeden Tag eine Stunde spielen muss, damit man es in der Zeit schafft. Nö, es reicht, wenn man in der Woche eine Stunde spielt. Das heißt, man könnte einfach fünf Kämpfe pro Tag machen und wäre schon trotzdem viel weiter als ich. So, das lasse ich jetzt raus. Das stirbt. Ich hoffe, das war jetzt nicht komplett sinnlos. Jetzt kommt er mit Mammudel. Mammudel, 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 Mammudel. Ich weiß nicht, was der noch hat. Aber ich würde trotzdem noch einmal abwehren. Ja, Lawine. Wir machen nochmal Antikkraft drauf. Vielleicht ist das letzte Schild noch weg oder so. Ich habe bald wieder gelabert, aber ich habe den ganzen Anfang wieder nicht mitbekommen. Noch ein Rückwärtssaldo. Und jetzt muss der Rest vom Dialga kommen. Du musst jetzt eine Lawine fressen. Das tut mir leid. Aber du hast doch auch Stahl. Da ist Stahl nicht cool. Nicht? Dampfweise. Huch, der hat ja was ganz anderes. Damit hätte jetzt aber keiner gerechnet. Jetzt ist er trotzdem fort. Und jetzt hat er immer noch seinen Dragoran, glaube ich. Und wir haben noch einen Eisenschädel. Und es geht auf. Es geht auf. Das Togekiss konnte dem Dragoran gar nicht ans Leder. Aber wir haben es trotzdem geschafft mit dem Rest. Sinnloses. Du bist nicht mal bei der Sache. Du kriegst gar nicht mal richtig mit, was du gerade eigentlich machst. Aber drei Kämpfe. Drei Siege. Pokémon-Belohnung ist wieder am Start. Früher hätte man gesagt, ach, die restlichen zwei gebe ich einfach auf. Und steige ich trotzdem auf. Aber nee, mittlerweile ist es ja so. Trotzdem jetzt hier in den oberen. Das ist schon gut, dass du auf dem Rang so und so viel gewinnen musst. Und wenn du natürlich ein ganzes 5er-Set gewinnst, 5 zu 0. Dann bist du schneller im 17er-Rang, als wenn du nur einen gewinnst und den Rest verlierst. Auf der anderen Seite würde es trotzdem reichen, wenn man in dem 5er-Set einen einzigen Kampf gewinnt und man kommt trotzdem irgendwann auf den nächsten. Dann oben, wo es um Punkte geht, funktioniert das nicht mehr. Wenn du da einen Kampf nur gewinnst, dann fällst du. Wenn du nur einen gewinnst, dann fällst du wieder. Und dann fällst du so lange und so oft und so weit, dass es nur durch Siege weitergeht. Er wechselt auf das Dialga. Warum? Gut, er hat wieder Drachen gegen mich. Ich hoffe, er schildet jetzt nicht. Er schildet trotzdem. So, er hat jetzt hier Stahl. Schaffe ich es zum Spukball? Der ist ja nicht weit hin da. Ja, ich denke mal trotzdem, das klappt. Das wird mein letzter Move sein, bevor ich dann weg bin. So, ein Spukball drauf. Oh, er ist auch weg. Haben wir noch. Wo will der jetzt sein? Da ist was mit Boden. Grauton. Bitte kein Move, bitte kein Move. Hier, guck mal. Spukball. Lass wenigstens das Schild weg jetzt. Damit es fair bleibt. Er lässt das Schild wirklich weg. Fairer Mann. Fairer Sportsmann, dieser Grauton. Fällt mir auf, das ist ja wieder ein Shiny. Das, wogegen ich immer hundertmal verloren habe vorhin. Aber jetzt ist das Schild weg, oder? Bitte. Du hast doch jetzt nur deine blöden Attacken aufgeladen. Gib's zu. Ah, jetzt kommt er mit Kyokre wieder rein. Gib's zu. Du hast es nur aufgeladen, dass wenn ich meinen Diager gleich reinhole, du meinen Diager angreifst. Ich kenne solche Leute wie dich. Die machen das mit Absicht. Nö, er ist tot. Hä? Hallo. Fertig. Er kommt nur rein, um umzufallen. 16. Und die Tüde fliegt durch die Gegend. Sacknes Bonjibo. Das ist Rang 19. Relaxo. Könnt ihr in Träumen sehen? Könnt ihr in Träumen? Der hüpft, der macht, der tut. Das mach ich hier mit dir. Brauch kein Geist reinholen. Soll ich jetzt extra mal in die Diager reinholen, oder was? Was machst du? Schlecker, dann den Kraftkoloss, irgendwas. Schädel, Bummeramme, Traube. Bodyslam. Bodyslam. Ja, mach halt dein Mann. Mach schon wieder Bodyslam. Relaxo. Jo, jo, jo. Relaxo habe ich diese Season, glaube ich, noch gar nicht als Gegner gehabt. Hä? Vorhin in der ersten hast du doch... Nein, habe ich nicht. Aber wir haben es doch gesehen. Da habe ich es halt vergessen. Relaxo als Gegner noch gar nicht gesehen. Gut. Wir haben immer noch zwei Schilde. Wollen wir die aufheben? Wir nehmen mal eins. In der Hoffnung, es mit den Quickboos umzubringen und dann in vollen Antikkraft auf die nächsten Gegner zu schmeißen. Wer auch immer das sein wird. Oh, es ist ein Metacross. Das ist leider Schrott. Aber jetzt müssen wir uns umbringen lassen. Damit wir mit dem Giratina reinkommen. So, der lässt auch mal den einen durch. Angriff steigt nochmal. Jetzt darf das Giratina hier weitermachen. Und wenn er jetzt wechselt, müssen wir auch wechseln. Das haben wir ja gelernt. Das lassen wir auch erstmal durch. Sternenhieb. So, der denkt jetzt, es ist das Andere. Wird schilden. Aber es ist nur das Kleine. Aber es hätte sich jetzt auch gar nicht mehr gelohnt. Das Andere. Weil das Kleine würde ja trotzdem reichen. Müssen wir nochmal aufs Kleine. Und dann probieren wir es ohne. Heben wir das Kleine auf oder machen wir das Kleine? Wir nehmen das Kleine mit aufs Letzte. Also machen dann das Große. So, der ist nämlich weg. Und er holt nochmal einen Kyokre rein. Aber der muss jetzt schilden. Sonst kriegt er den fetten Sack ab. Und er kriegt den fetten Sack wirklich ab. Dann hängt er immer noch blöd da mit seinem Kyokre. Was macht er da? Ich weiß es nicht. Und er hat sich jetzt hier Kraftkoloss aufgeladen oder was? Also ist mir nicht geheuer. Jetzt wäre der ab. Jetzt versuche ich hier was zu steigern. Muss das überleben. Und ein... Kein Blizzard. Und muss dann ein Eisenschädel dann noch auf seinen Metacross machen. Der mich jetzt zu bombardiert mit einem... Nein! Boah. Ja, der lebt doch. Der lebt doch. Der kommt jetzt mit der irgendeine Attacke schon vorbereitet. Ne, hat er nicht. Hm. Okay, dann habe ich jetzt gewonnen. Oh. Weil der ist weg. Und ich habe den Blizzard überlebt. Und alles passt. Sehr schön. Sehr gut. 5 von 5. Hier ein Medity drin. Oh nein. Das wilde Medity ist geflüchtet. Wieder dieser Scheiß-Bug. Was ist das jedes Mal? Du bist hier. Du wirfst. Aber du darfst es nicht fangen. Dann kommt immer ein Fehler. Dann musst du immer die App ausmachen. Du musst die App neu starten. Hallo? Die App ausmachen und die App neu starten. Damit du das Medity vielleicht überhaupt fangen kannst. Was ist das? Na, Jentik. Warum macht ihr das? Darf ich das nicht fangen oder was? Ich möchte das doch gerne haben. Äh. Kämpfe. So. Da ist es jetzt. Vielleicht haben wir so viel gekämpft, dass Sitz kaputt ist. 1, 2, 3. 3. Hm. Fange 7. Bogamon. Wir bewerten. 15 Angriff. Wir drücken. Rangbelohnung ab. Es steigert sich. Wenn wir nochmal 5 gewinnen, sind wir auf jeden Fall auf der 7. Und jetzt steht auch da. Du hast die maximale Anzahl an Kämpfen für heute erreicht. Das heißt, ich habe alle meine Sets jetzt im Stream gespielt. Eine Stunde. Äh. Im Video gespielt. 1 Stunde 30. Hat Spaß gemacht. Freitag werde ich wohl nicht dazu kommen. Und dann werde ich wohl versuchen, am Samstag dann zu machen, dass ich dann auf Rang 20 komme. Vielleicht. Wenn ich es schaffe. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich habe immer noch keinen Namen für die Folge, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Tschüss. Ich habe immer noch keinen accomplisheden, aber wir sehen uns bei der ganzen Baumes gearbeitet. Ausatm